Musik Der Bruder hat einfach Teil 2 auch schon draußen. Der hat einfach, ich dachte wirklich, ich warte jetzt, weiß ich nicht wie lang. Der hat einfach den zweiten Teil auch wieder draußen. Ich habe beim ersten Teil leider nicht das Death Note Ding erkannt. Ich habe es nicht gehört irgendwie. Gott, das muss so Spaß machen, ne? Und jetzt von vorn eine Nacht drehen wieder. Fick, pick, guida, ich zieh wieder. Fick, pick, guida, ich zieh wieder. Okay, ja gut, sind halt nicht die Pupillen gemeint eigentlich, ne? Sondern, ja gut, aber da geht noch mehr. Und du fragst, wie es mir geht, doch du weißt ganz genau, dass deine Mom auf mich steht. Digga, ich weiß schon, warum ich heutzutage nicht mehr auf Texte achte, ne? Hä? 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 Ich mach das Ding ganz allein. Bro, 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 bro. Ich ging dreimal auf die Eins, die Tage ziehen vorbei. Sie sagen, Majo, drop ein Album, es wird langsam wieder Zeit. Okay, der war mies. Ey, mal in den Chat, ne? Habt ihr die Songs von Majo und Silver oder Silver? Silver heißt der doch, oder? Habt ihr die gefeiert? Also wart ihr da voll so, weiß ich nicht, ne? Habt ihr da so, aber ich muss sagen, ich hab, glaube ich, nur einen Drill-Song gehört. War leider nicht meins. Und danach hab ich, glaube ich, diesen Song mit Lil Lano, glaube ich, gehört. War das auch mit den beiden? Und da fand ich auch Lano cool, ne? Aber den Rest, muss ich sagen, irgendwie leider gar nicht mehr meine Welt, ne? Majo war früher echt, hat stabile Sachen gemacht so. Aber sonst, wer das sein soll? Uh, da hast du aber was verpasst. Okay. Wenn ich am Fall zu rappen, wird's behindert. Afghanischer Löwe wie Simba. Ja, ja, ich liebe diesen Teil. Ich liebe es. Ja, gib mir, gib mir mehr. Ich will das aufsaugen. Ja, ja, ich hab es mir gewünscht. Ich hab es mir vor ein paar Tagen. Oder war das letzte Woche? Haben wir darüber geredet, wie viele Leute placen Platin-Casino, ohne irgendwie Werbung zu markieren oder sonst was, Alter. Jetzt geht's los. Geil. Platin-Bads nur für Fans, Stimme für Platin-Casino. Shoutout am Platin-Casino. Push uns Limits wie bei Platin-Casino. OG so wie Kimo. Ah, jak die Patte, dicker Platin-Casino. Warte mal. Was, du missbrauchst meinen Reim? Dicker Platin-Casino. Ah, OG. Oh, fuck, Alter. Warum hat Azad denn so viele Lines davon? Mit Azad steht eigentlich auch noch ein Stream an, ne? Ich muss eigentlich mit ihm auch noch Beats abchecken. Hatten wir eigentlich auch noch als Stream abgemacht. Boah, eigentlich würde ich gerne wieder wissen, welchen Song ihr davon am besten fandet, ne? Aber dafür müssten wir jetzt eigentlich nochmal anfangen. Ich kann diese Lines nicht nochmal hören. Das geht nicht. Ich bin online auf Platin-Casino und jage die Mio's. Kopf kaputt, immer Platin-Casino. Platin-Casino, Robert De Niro. Platin-Casino, King Khalil drückt auf Autostad. Platin-Casino für Louis Oteon. Platin-Casino, den Namen rappen, weil sie dafür um die 80 blaschen. Also wenigstens, ne? Ich glaube, Farid ist der Einzige, der einen Preis nennt. Und ganz ehrlich, um einmal das Wort zu beureinen zu packen. Vielen, vielen Dank für deine Rates. Dankeschön, Dr. Perry. Ey, um einmal dieses Wort zu droppen, 80.000 bekommen? Ah ja. Finger weg von Glücksspiel. Im Endeffekt verliert ihr immer mehr, als ihr gewinnt. Fakt. Wo hat der immer diese, diese, diese Sachen zum reinschneiden, Alter? Ja, kann ich leider auch nicht viel mit anfangen, ne? Oh nein, ist das der Song, der nach Dingens klingt? Jack Harlow. Achso, darauf habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet. Künstler von was? Künstler, von dem Enno kopiert hat. Oh nein. Ach nein, deswegen auch der Titel, Alter. Der Esel, Alter. Nein, das ist Enno featuring dieser, ich weiß nicht mehr mit wem zusammen. Das ist dieser Song, der, 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 sehr ähnlich nach Jack Harlow klingt. What's happening? Ne? Deswegen auch Esel, Alter. Okay. Okay, das, das, das war witzig. Scheiße, Alter. Ach man, dass sowas aber auch immer, ey, das kann doch nicht sein, dass in einem Text, dass ist das so, ach man. Ne koliko sekundi kas nir. Seit Tagen nichts gegessen. De, 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 de. Flintstones war das, ne? Fred, Fred Feuerstein, Dingsda. Das Lied ist Bomber, Alter. Das Lied ist so geil, Mann. Ich kenne kein Schlaf, werde nass und bandiert. Ich dachte gerade, das wäre eine Mischung aus 18 Karat und AK. Wer ist denn undercover schon wieder, Alter? What? Ich kenne kein Schlaf, werde nass und bandiert. Mein Name wird groß geschrieben, Akku Satin. When you try your best, but you don't succeed. Oh, ich liebe diesen Song. Nein, ich liebe diesen Song. Produziert, glaube ich, von Busy Mo, hier in Köln im Studio. Digga, ich liebe diesen Song. Oh, nee. Ich habe nie auf den Text geachtet. Nie. Das, doch, das ist die Zeile. Das ist die Zeile, wo ich mich auch immer gefragt habe, wieso. Habt recht, ich habe sie aber gekonnt ignoriert, weil ich den Song einfach unglaublich geil finde. Ich finde den Song so geil. Aber diese Zeile, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Es geht nicht in meinen Kopf. Scheiße. Oh, ist das ein geiler Remix von dem Song, Alter. Ey, Liebe geht raus, Explosive. Mit dem letzten Song hast du mich gefickt, Alter. Ich hatte das ignoriert. Oh, ist das ein geiler Remix von dem Song. Oh, ist das ein geiler Remix von dem Song. Oh, ist das ein geiler Remix von dem Song. Oh, ist das ein geiler Remix von dem Song.